Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2. Ich meine, im Original konnte man an den Zombies wenigstens noch so gemütlich vorbeihoppeln, weil die relativ langsam und plump waren in Notfallsituationen. Aber das ist jetzt echt nicht mehr so einfach irgendwie. Der hat sich gerade komisch bewegt. Aber ich weiß immer nicht, sind das Physikfehler, wenn die sich komisch bewegen? Ah, stopp, ich muss gar nicht die Treppe hoch. Sind das komische Physikglitches oder leben die, zucken die? Man weiß es eben nicht. Lag der da schon immer? Hier liegen so viele. Habe ich hier nicht den Licker zum ersten Mal getroffen? Glaub schon. So, jetzt passt mal auf. Hier war das erste Hilfespray. Das packen wir natürlich ein. Aber vor allem das gelbe Pulver. Und das kann ich jetzt kombinieren mit dem anderen Schießpulver. Dann haben wir immerhin nochmal drei Schuss Schropplindenmunition. Deswegen bin ich hauptsächlich hierher gekommen. Tja, mehr haben wir nicht. Und jetzt heißt es am besten, genau, wieder zurückgehen. Und jetzt ist es am besten. Und Inventar managen. Ja, ich will wirklich mit der Schrobflinte so wenig wie möglich auf normale Zombies schießen. Aber in dem Teil lohnt es sich schon fast irgendwie. Aus den alten Teilen ist das so komplett Verschwendung. Die Pistole lasse ich jetzt natürlich mal nicht da. Das wäre doof. Weil wir... Ich hoffe ja doch, dass wir wieder ein bisschen Munition dafür kriegen. Ah, warte. Ich speichere lieber mal. Falls jetzt irgendwas passiert, müssen wir sonst den kleinen Run nochmal machen. Ist jetzt... Wäre nicht viel verloren, die paar Minuten, aber trotzdem. Immerhin. Ich glaube, das Speichern dauert fast länger als die Zeit, die ich damit verbracht habe, die Munition zu holen. Okay. Ist der Raum jetzt eigentlich schon... Der ist schon blau. Der ist quasi schon gecleart. So, und jetzt gehe ich da lang. Ganz ruhig bleiben. Jetzt müssen wir ganz nach oben in den Dachboden. Ich mag es nicht, aber es ist okay. Diese blöden Zahlenschlösser hier, Mensch. Wenn ich die nur öffnen könnte irgendwie. Soll ich einfach mal ein bisschen rumprobieren? Zum Beispiel Back. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es denn? Zu viele. Auf jeden Fall zu viele, oder? Es gibt auf jeden Fall zu viele. Das brauchen wir nicht versuchen. Das macht keinen Sinn. Lagerraum. Und da war die explosive Wand. Okay. Sehr gut. Creepy Clown-Puppe. Was hatten die hier gelagert? Naja, es war ja ein Museum. Ne? Es war ja hier ein Museum, bevor es zum Polizeireview wurde. Da liegen vielleicht noch ein paar alte Museumsgüter, die keiner mehr haben will, rum. Ist das nicht ein bisschen Overkill, diese kleine Holzabsperrung hier gleich mit C4 in die Luft zu jagen? Aber gut. Äh. Und jetzt? Ich schätze, das war es noch nicht. Weil ich kann das irgendwie nicht aktivieren. Ich könnte es sogar wieder mitnehmen. Sieht doch eigentlich gut aus. Hey, was haben wir denn hier? Dies habe ich ganz übersehen. Eine anonyme Notiz. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir etwas Spaß gönnen, während die Welt im Bach runter geht. Und ich habe die Drecksschweine in einem mit C4 präparierten Stahlpferch gesperrt. Ich muss sie nur noch zünden. Äh. Dann war es das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn. Dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht? Du scheinst was von Gerechtigkeit. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz. Aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Da wäre nämlich das letzte Wappen, das ich brauche drin. Aber ich weiß jetzt leider nicht, wie ich das zünden kann, das C4. Muss ich irgendwie... Keine Ahnung. Keine Ahnung, leider. Hier kommen wir ohne Wagenheber nicht weiter. Guck, der hat gezuckt. Und ich weiß nicht, ob die da immer nur zu physikalischen Körpern werden. Aber wahrscheinlich. Eigentlich habe ich immer bei allen Zombies, die ich erledigt habe, doppelt und dreifach gecheckt, ob auch wirklich alles okay ist. Explosive Barrikade und Elektronikgerät. Hm, vielleicht fehlt noch irgendeine Komponente, die ich irgendwo anders herkriegen würde. Ich weiß nur nicht, wo. PC. Hm. Ja, diese Kurbelvertiefung. Ich muss doch noch mal in den Duschraum befürchtigen. Das hilft nichts. Wir gehen jetzt noch mal in den Duschraum. Das wäre jetzt wirklich das Einzige, was mir noch einfällt, dass ich da doch noch mal das Ventil irgendwie mitnehmen kann, vielleicht. Aber warte mal, so kommen wir nicht in den Duschraum. Falsche Richtung. Ich finde es schön, dass das alles so Angeltüren sind, die in beide Richtungen schwingen. Ich finde es schön, dass das alles so gut ist. Jetzt schauen wir mal. Genau, gleich da vorne. Nee, kann es definitiv nicht mehr mitnehmen. Schade, das wäre nämlich cool gewesen. Ach so, ich wäre doch anders auch hierher gekommen, aber ist egal. Naja, auf jeden Fall kann ich die Kurbel nicht mitnehmen für das andere. Leider. Moment, was ist denn hier? Hier ist noch ein ungeöffneter Spind. Ach so, Mist. Hm. Dass da so viele sind, irritiert mich. Gibt es da vielleicht Hinweise, die ich irgendwie nicht aus den Dokumenten gelesen habe? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was die wichtigen Sachen sind ja eigentlich auch immer dahergehoben. Blind wie Maulwürfe. Nee, ich glaube, ich habe da nichts übersehen. Aber ich weiß jetzt gerade leider trotzdem nicht, wo wir hin sollen als nächstes. Gucken wir mal. Schaffen wir uns mal ein bisschen Überblick nochmal. Also. Schließfachtterminal. Da bräuchten wir nochmal eine Taste für das Gürtel-Upgrade. Alles klar. Herzschlüssel, Kreuzschlüssel haben wir nicht. Dann ist auf der Seite eigentlich alles abgegrast. Haupthalle brauchen wir noch die Göttinnenstatue. Klar. Eingang ist der Eingang. Auf der Seite. Können wir auch nirgends mehr hin? Nee. Okay. Zweites Stockwerk. Schauen wir mal hier. Wenn ich jetzt hier die Treppe hochlaufe. In der Bibliothek gibt es noch das Rätsel mit dem Wagenheber. Hier können wir nicht durch. Karotür. Hier drin gäbe es noch den PC. Da brauchen wir aber irgend... Irgendwas. Ähm. Ein USB-Stick. Eine CD. Irgendwas für den PC. Man weiß es nicht. So. Kombinationsschloss. Wagenheber. Das ist das. Gegenüber. Ist ein Tresor. Weiß die Kombination nicht. Hier die Kurbelvertiefung. Ich habe keine Kurbel mehr. Hier brennender Hubschrauber. Und hier ganz viel Zombies und so. Drittes Obergeschoss. Da können wir teilweise schon hin. Bei der Bibliothek kommen wir nicht weiter, weil da ein Loch ist. Dafür bräuchten wir erst den Wagenheber. Dann könnten wir hier hoch. In den Uhrenturm und so. Okay. Hier ist wieder ein Kombinationsschloss, an dem wir nicht vorbeikommen. Hier ist das C4. Da muss ich vielleicht mal gucken nochmal, ob ich das doch schon irgendwie zünden könnte. Und ich weiß nur nicht wie. Aber ansonsten ist der Bereich auch abgesperrt. Weil die Treppe dafür ist auch noch nicht zugänglich für uns. Ja. Cool. Cool. Dann habe ich absolut keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Verdammt. Ich weiß es wirklich nicht. Wie könnte man denn das C4 zünden? Muss ich etwa wirklich drauf schießen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre irgendwie ein bisschen doof, oder? Habe ich vielleicht irgendwo eine Notiz nicht gefunden, weil ich mich nicht gut genug umgesehen habe oder so. Ich meine, oben beim C4 war auch eine Notiz, die ich nicht gesehen habe. Wer weiß. Dass ich die Kurbel nicht wieder mitnehmen kann, irritiert mich aber auch. Hier ist der Herzchenraum, genau. Ah, warte mal. Locker Room. C-A-P. Aha. Aha. Ich muss mich ein bisschen genauer in der Umgebung umschauen. Nicht nur auf Zettel. Locker Room. C-A-P. Wo ist denn der Locker Room? Der Schließfachraum dürfte das eigentlich sein. Aber war da wirklich noch ein Vorhängeschloss im Locker Room? Aber das steht schon locker, ja? C-A-P. Hm. Cap. Aber hier gab es, glaube ich, nirgends ein Vorhängeschloss, oder? Würde mich wundern. Das wäre mir doch aufgefallen. Ah, Locker Room könnte auch natürlich, das ist die Umkleide. Äh, wahrscheinlich der Duschraum dann hier. Da muss ich wieder die Treppe hoch. Okay. Ich laufe in die falsche Richtung. So. Jetzt habe ich mich wieder orientiert. Na, es ist so dunkel hier. Da kann man sich schon mal verirren. So, jetzt wartet mal. Ob das wirklich funktioniert? C-A. Fast. Ja. Coolio. Schrottflinten-Munition. Na ja. Das ist doch schön. Da freut man sich. Okay. Ich muss mich genauer in der Umgebung umsehen. Das stand einfach auf irgendeiner Tafel. Ich konnte nicht mal damit interagieren. Ich habe die ganze Zeit so nach, nach Knöpfchen gesucht, die ich drücken kann. Ne? Nach so Interaktionssymbolen. Dass ich ganz vergessen habe, dass man vielleicht auch einfach mal, einfach mal die Umgebung genauer anschauen sollte. Vielleicht gehe ich jetzt, wo ich das weiß, nochmal ins Stars-Büro. Also. Hier. Unten blinkt so auffällig, als ob da wirklich ein USB-Drive fehlen würde. Okay. Into USB-Port. Ja. Okay. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwelche Infos finde. Vielleicht noch. Ein Hunde-Bild. Nee. Hier ist scheinbar nichts angeschrieben mehr. Hier drin wohl auch nicht. Na gut. Okay. Hätte ja sein können. Ich habe mir gedacht, wenn irgendwo noch Infos sind, dann wahrscheinlich hier. So. Da kommen wir nicht rein. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Schrubbchen-Munition gefunden haben, beruhigt mich schon ein bisschen. Aber. Hm. Ne? Hm. Habe ich Pistolen gesagt? Ich meine natürlich Schrubflinden. Okay. Vielleicht sollte ich mich auch hier in der Bücherei nochmal genauer umsehen. Nur die ganzen Toten hier, die ganzen Zombies hier irritieren mich. Ohne Wagenheber kann ich die nicht bewegen wahrscheinlich, oder? Oh, doch. Ich kann die ohne Wagenheber bewegen. Okay, das ändert alles. Dann weiß ich überhaupt nicht, was das mit dem Wagenheber soll. Achso, warte mal. Aber irgendwie fehlt da... Ah, jetzt weiß ich... Ich kann... Okay. Ich kann sie zwar bewegen, aber nicht perfekt. Und Leon kann in dem Spiel keinen Meter springen. Und das Ding ist aus der Schiene gesprungen. Deswegen kann ich sie nicht bewegen. Ohne irgendwas zum Kurbeln kommen wir hier nicht weiter. Ich verstehe. Okay, gut. Mann, da ist es aber dunkel. Und da ist auch was versteckt. Pistolenmunition. Ah, Gott sei Dank. Ja, dann war ja doch nochmal lukrativ. Aber guckt, ich muss erst das, das aus der Schiene gesprungen ist, wieder reinkurbeln, damit ich das rüberschieben kann. Und dann geht es hier weiter. Weil unmöglich gibt es einen anderen Weg, wie wir da vorbeikommen könnten. Wir können zum Beispiel auch nicht so ein Brett nehmen und da drüber legen oder so. Nein, das ist alles... Das geht natürlich alles nicht. Also, deswegen gehen wir jetzt zurück in die Eingangshalle. Und speichern. Und dann machen wir nämlich Schluss für heute. Aber keine Sorge, übermorgen geht es schon wieder weiter. Und ich werde jetzt ohne Let's Play mal schnell nochmal mit dem C4 interagieren gehen und rumprobieren und schauen, ob man da noch irgendwas vielleicht machen kann. Vielleicht muss ich den Timer erst, das könnte ich mir vorstellen, vielleicht muss ich den Timer erst untersuchen, irgendwelche Knöpfchen drücken, dann ins C4 stecken. Das wäre eine Möglichkeit. Das versuche ich alles. Und dann, wenn ich weiß, wie es geht, starten wir die nächste Folge. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.